hallo ihr lieben erinnert ihr euch noch an das video der sommer ist da in diesem video haben wir einen spenden aufruf gemacht hier in griechenland ist der sommer jetzt da und es ist und dementsprechend ist es einfach super super heiß in dem letzten video der sommer ist da haben wir darüber gesprochen dass wir ein paar kleine kinderpools haben und dass unsere hunde sie lieben und wir haben euch darum gebeten dass wenn ihr welche habt oder lust habt für welche zu spenden dass wir uns riesig darüber freuen würden wenn diese uns erreichen und ihr seid einfach nur super vielen dank denn uns haben einige pools erreicht und diese zeigen wir euch in diesem video denn die hunde und wir freuen uns riesig über diese tolle tolle spende schaut mal unsere hunde lieben die pools auch wenn nicht alle von ihnen verstehen dass sie darin baden können und planschen alle verstehen dass dort wasser zu finden ist zum trinken um die pfoten abzukühlen oder sogar um zu spielen vielen vielen dank für diese tolle spende für diese tollen pools unsere hunde freuen sich riesig danke schön dass ihr euch die zeit genommen habt auch dieses video zu sehen wir würden uns sehr darüber freuen wenn ihr uns ein feedback da lasst oder dieses video sogar teilt also ihr lieben bis zum nächsten mal macht's gut wir hoffen euch hat das video gefallen für spenden oder adoptions anfragen oder generellen kontakt findet ihr alle weiteren links unten in der video beschreibung würden uns sehr darüber freuen euch beim nächsten video auch begrüßen zu dürfen